Hey Leute, heute zocken wir mal wieder Space Engineers Beta und es geht auch schon los. So, ah, das brauchen wir. Hauen wir das mal raus. Zack, zack, zack. Wenn wir noch mehr haben, können wir noch, zack. Das Ganze, alles. Dann können wir raus. Ähm, ja. Da geht's los und wahrscheinlich müssen wir zur Moonbase. Schau ich mal meinen Jetpack an. Wow, aber nicht zu schnell, sonst wird's gefährlich. Zack, da hinten und... Wow, aufgepasst. Schön sind wir da. Hier springt man so schön. So. Das schaut nach dem Eingang aus. Gehen wir da rein, nehmen wir wieder die Tür zu. Go to the Control Tower, der ist da drüben. Was? Wow. Geiler Ausblick, also... Würde ich auch gerne drin leben. Life Support, Control Tower ist da drüben. Da ist er. Da müssen wir nach da oben. Was macht man da eigentlich? Ja, nicht genau verraten. Ich soll irgendwas machen. Nein, der Chat funktioniert noch nicht. Irgendeinen Knopf da oben drücken. Den drücken wir mal. Und der... öffnet das Tor. Wow. Cut ziehen. Weiter auf geht's nicht. Das scheint ein Fahrstuhl zu sein oder so ähnlich. Also schauen wir mal. Da gehen wir dann mal schnell hin. Zeig, zeig, zeig. Hier die Treppe runter. Und... Überlege gerade. Options machen wir so ein bisschen. So ein bisschen lauter. Das hört sich dann besser an. Und weiter geht's. Dann geht's zum Elevator. Tür zu. Da soll ja keiner weiß, dass ich da war. Wo sind wir da hin? Ach, da. Ich bin nur blöd. Okay. Und zack. Jetzt geht's auch schon runter. Und zwar mit einem Tempo. 14 Meter pro Sekunde. Wow. Also langsam ist das nicht. Man kann... Oh, das sollte ich nicht machen. Lassen wir mal besser zu. Gefährlich da unten. Und schon sind wir angekommen. Ah, das... Da kann ich Farbe auswählen. Die beiden aber gar nicht auswählen. Wir wollen uns eilen. Wir brauchen nämlich dringend Wasserstoff. Können wir hier aufladen. Will nicht. Egal. Egal. Licht können wir hier drüber ein- und ausschalten. Aber ich denke mal, wir sind in der Hülle. Da brauchen wir das Licht. Gewehr habe ich schon mal bereit. Gewehr vor allem. Verstecken wir es erst mal. Da geht's nicht lang. Den kann man auch nicht fliegen. So. Ich vermute einfach mal da. Execuation Site. Äh, der ist nichts drin. Ich glaube, der ist ferngesteuert. Ah, der ist sogar ausgeschildert. Dann kann ich gar nicht falsch gehen. Können wir da irgendwas rausklauen? Lithium. Nein, Uran. Da steht zwar Li drauf und Uran wäre mit Ur. Ja, aber interessiert ja anscheinend keinen. So, das ist schon mal hier oben. Vielleicht kann ich hier ja... Zumindest ein Prozent. Das ist gut. Da ist es ja schon. Und... ...auf den Button gedrückt. Der Projektor zeigt uns irgendwas. Ein Artefakt. Ich habe allerdings keine Ahnung, was das jetzt genau sein soll. Sicherheitsdrohnen. Und ich sollte abhauen. Tschüss, ich bin weg. Autsch. Ich habe mich getroffen. Als ob das der jetzt losgelegt. Also, da geht es schon mal nicht lang. Wir müssen natürlich genau in dem Moment loslegen. Das ist aber ja klar. Dann hier das. Ich hoffe, die finden mich nicht. Oh doch, da sind sie in der Nähe. Die können halt fliegen. Und wenn ich fliege, dann werde ich zu schnell. Oh, 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 oh. Ich will nicht enden wie der da drüben. Oh, nach oben. Zack. Dreht sich das Schwerkraftfeld? Nein. Das Sicherheitssystem hat den geschlossen. Oh nein 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 nein. Schnell der Jetpack an und wieder aus. Und tschüss. Ich bin weg. Nein 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 nein. Oder sind die über mir? Ich habe keine Ahnung, aber voll interessant. Das ist echt spannend. Das sind verdächtige Geräusche. Und ich habe das Gefühl, ich muss nochmal Option Audio. Ach der merkt, dass ich gerne muss erstmal auf OK gehen. Musik ein bisschen lauter. Kann man noch ein Magazin, noch mehr von den Flaschen her. Und alles ausrauben hier. B-Dinger. 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 B-Batterie. Reaktor. Da macht das Ganze keinen Sinn. Wo, 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 wo. Das ist eine Turret. Ich weiß gar nicht, Bus. Ich muss noch leben. Aber ich glaube, die kann man gar nicht abschießen. Kann man die abschießen? Wir probieren es mal aus. Ah, ich glaube, das bringt nichts. Das ist absoluter Quatsch. Escape Ship. Äh, ich glaube, ich bin weg. Und F. Und los geht's. Nein, noch nicht. Ich muss noch P drücken, um die Handbremse zu lösen. Und ich muss selbst fliegen. Ich muss selbst fliegen, lol. Sonst werde ich ja mal geflogen, aber jetzt muss ich selbst fliegen. Da ist die Sonne. Na, ich komme in die Nähe und die automatische Steuerung übernimmt. Hat sie ihn. Das sind die Rebellen. Es ist los. oder so. Äh, ich muss michcontrolled. also das war jetzt welchen engineers beta teil 2 teil 3 kommt natürlich auch noch habt ihr ja schon gesehen dass es den gibt und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin sei jetzt tschüss